So hier sind meine zwei Konkurrenten, meine heutigen Putt Einheit. Ein Blade und ein Mallet Putter. Der linke Putter ist ein klassischer Ping Answer Putter und der rechte ist ein nagelneuer Mallet Putter von Scotty Cameron, der Phantom. So da die Links-Rechs-Puts, wie die meisten Rechtshändeputter, die schwierigsten sind, habe ich nur Links-Rechs geputtet und habe verschiedene Dinge ausprobiert. Zum Beispiel hier spiele ich mit meinem Mallet Putter und treffe den Ball bewusst innen und mache genau das gleiche mit dem Blade Putter. Und was ich da sofort merkte, ist, dass der Mallet Putter viel besser sich angefühlt hat bei dem nicht mittig getroffenen Ball. Und der Ball hielt die Linie besser als mit dem Blade Putter. Und dann habe ich bewusst mit der Spitze getroffen und das konnte der Blade Putter wirklich gar nicht. Mit dem Mallet war es auch nicht viel besser, aber das Gefühl im Treffmoment war wirklich viel, viel solider. Ich habe wirklich viele Putts gemacht, auch von etwas weiteren Distanzen und dann merkte ich, als ich etwas weiter weg vom Loch stand, etwas weiter ausholen und durchschwingen müsste und dadurch eine etwas rundere Schwungbahn verwendet habe. Also nicht straight back, straight through, sondern etwas innen, square, dann innen. Dann ging es ziemlich gut mit dem Blade Putter. Das habe ich dann auch bewusst getestet bei so kurzen 2 Meter Putts. Und dann mit dem Mallet Putter war es wirklich klar, dass die beste Technik mit diesem Putter war, gerade auszuholen, gerade durchzuschwingen, ziemlich dicht am Bauch zu stehen und wirklich diese gerade zurück, gerade durch Technik ist mit diesem Putter am besten. So mein Fazit, beide sind super Putter. Der Mallet Putter ist eindeutig fehlend verzeihender gewesen. Ich musste nicht genau in der Mitte treffen. Der Blade Putter ist vielleicht besser für die längeren Putts, aber für die wichtigen 2-3 Meter Putts mit seiner großen Linie und größeren Kopf und mehr Gewicht war der Mallet Putter für mich der klare Sieger.